Und wie geht's dir? Oh Gott, gut. Ein bisschen... Es stresst sich alles auf. Ja, es legt sich auf. Das ist normal, vermutlich. Ich komm. Wie geht's denn dir? Ja, ganz okay. Stefan! Die Tür müssen wir abschneiden. Also sag ich mir mal. Stefan! Wenn, äh... Marie jetzt irgendwie so ein bisschen... Oh, Mann. Stefan! Manchmal könnte ich echt... Ja. Ja, ich hoffe auch. Ja, ich will meine... Kann dieser, dieser Mademoiselle Kommando tun? Ja, ja. Kannst du mir mal Wasser bringen? Ich brauche Wasser. Wir bringen ja Wasser. Ja, aber... Jetzt hör mal auf. Ich mach uns jetzt ne schöne Farbe. Jetzt hör mal auf. Ich mach uns jetzt ne schöne Farbe. Eigentlich hab ich ja gedacht, dass wir einen schönen Nachmittag haben. Wenn es jetzt so... Stress ausartet, ist auch blöd. Scheiße mit einem. Ich mach uns jetzt nicht mehr. Ich mach uns jetzt nicht mehr. Ich mach uns das. Ich mach uns das. Ich mach uns das. Ich mach uns das.